Hallo mein liebste Tauber und weiter geht's! Da bin ich aber gespannt, wo ich jetzt hier landen hätte. Sieht ja alles ganz schön merkwürdig aus, ne? Die große Pyramide. Die große Pyramide. Ich traue den Frieden hier. Aber ich traue den Frieden hier einfach nicht. Ah, ich weiß nicht mehr. Also Munition für die hier. Okay, gut. Dann werde ich die auch bald brauchen. Oh! 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 Oh mein Gott! Ah Okay, ah beah Okay, gut Okay, gut So, weit so gut, aber Das ist auch noch so ein Ding Oh, wir haben noch viel mehr Wir haben das Verliebnis Aber Wie, wo, was Okay Ah, hier geht es irgendwie weiter Ja Ja Oh 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 Okay, aber mehr ist hier oben ja nicht. Ah doch, da geht es weiter. Ich fuhr gerade schon wieder runter. Ja, ich fuhr gerade schon wieder. Okay Okay, hat irgendwie Ah Oh nein 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 Ah Ah Und tschüss Oh, das ist jetzt hier so ein gemeines Ding Och nö Och nö Och nö Da muss ich mich jetzt so rum Irgendwie so, dass ich da oben angekommen bin Och nö Och, das ist wie auf so ein Scheiß auf Zeit, als hätte ich da keinen Bock mehr gehabt Ja Ja Och nö Och nö Och nö Das ist eine Scheiße hier Och Oh, dass man das jedes Mal immer machen muss Warte mal Och Ach Kacke Das ist überlebt das Och Ich hab da keinen Bock auf so eine Scheiß Ich hab da keinen Bock auf so eine Scheiß Ganz ehrlich glaube ich auch auf so ein Zeitdinger keinen Bock Och ne ey, Leute Und da muss man das immer jetzt das Vieh hier bekämpfen immer und immer wieder machen würde Also da hätten sie jetzt auch nochmal danach wenigstens einen Kontrollpunkt setzen können Ich hab da keinen Bock das hier mal zu machen Ja Schauen wir doch mal. Okay, jetzt ist die Tür wieder offen. Ah, alles klar. Das ist ja gar nicht mehr. 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 Aber jetzt will ich mal was aufkopieren. Das ist ja gar nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr. Okay, das war jetzt nicht schwer, da durchzukommen. Das ist ja gar nicht mehr. 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 Okay, okay. Ich mach das gleiche wie ich. Das ist ja gar nicht mehr. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nun lass mich doch mal in Ruhe. ok gut also hier ist nie ja toll wenn ich da anspringen bin ich tot ja warte mal der Hebel da drüben ja heißt das jetzt dass ich ich verstehe ja ich verstehe dann muss ich muss auf die andere seite und dadurch kriegt dann meine doppelgängerin wahrscheinlich tot wenn ich jetzt die kann da wahrscheinlich reinspringen da geht es wahrscheinlich irgendwie weiter musste es gibt keinen anderen ausgang ich ziehe den Hebel spring da rein sie springt auch rein und geht tot da muss ich dann jetzt aber da muss ich dann jetzt aber dahin rennen oh ich glaube ich habe Glück gehabt auch nein voll hier noch runter ok gut dann sagen wir uns das hier noch mal ich muss jetzt hier oben hin also sprich ich muss da hin glück gehabt ja super toll jetzt geht doch dann geht es jetzt ja bleibt die Tür denn jetzt offen naja ich hatte gedacht dass ich jetzt hier irgendwie das Ding öffnet und dann komme ich weiter das ist ja jetzt gemein komme ich überhaupt so schnell darüber ja muss ich ja muss ich ja 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 oh ne wie soll ich das denn so schnell schaffen wie soll ich das dann so schnell schaffen ja oder ich muss sie erst hier rein locken na dass ich dann da auf den Deckel renne und dann fällt sie hier ja automatisch rein ja dann machen wir das dann ja aber das wird auch bange knapp die Zeit ja 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 ich bin eben selbst mein schlimmster Feind ja 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 j mal ja 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 okay ja 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 Ich habe die Masse getötet, ich habe die Masse getötet. nein eine quatsch das muss ich erst mal hoch und den hebel wieder betätigen ach die tür war offen geblieben ja toll wie soll ich das denn jetzt machen eigentlich scheiße wieder in die falsche richtung gerannt aber moment mal weiter mal der da drüben ist doch jetzt dicht naja gut ja okay gut ich bin wieder in den falschen gerannt ja 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 ok das kommt jetzt schon wieder ok das ist ein Hebel, warum weißt du das nicht mehr? ja ok ich nehme an, dass wir ja warte mal hier ok ok Nien, 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 n also lasse ich über die munition aus okay mir ist das leider nur noch ganz klar wie ich jetzt hier am besten wieder ach du scheiße das wird auch hinter und vorne nichts oh 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 nein nein Okay, gut. So weit ist so gut. Ja, aber ich kann doch nicht hier rüberspringen. Das haut doch nicht hin. Ne, oh. Oh, oh. Nee. Aber da kann ich nicht sagen, ob ich Dinger hier schaffe. Nee. Oh. Ja, juhu, juhu, puh. Ich kann doch nicht irgendwie das so viel zu schnell. Nach, kacke. Ja, jah, 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 jah. So, aber jetzt versuchen wir erstmal einen Kontrollpunkt hier nochmal irgendwie irgendwo zu bekommen. Ich habe keine Lust, hier ständig diesen Kampf zu machen. So, dann müssen wir nochmal hier irgendwie zurücklaufen. So, vielleicht kommt der jetzt. Nö. Oh, warte mal, der war doch hier vorne, ne? Ah ja, ist klar. Okay. Das ist eklig. Wow, 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 wow. Ich habe es geschafft. Woo. Aber jetzt muss ich auch wieder zurück. Wo, 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 wo. Ich habe es geschafft. So, jetzt glaube ich nochmal zurück um einen Kontrollpunkt. Denn wie ich mich kenne, werde ich was auch immer da jetzt... ... jetzt auch immer da jetzt kommt. Und wie ich speichern will, dann kannst du davon ausgehen. Gut. Ich benne jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann auch ein Abo und dann ist es wieder dabei. Bye, bye.